Der denkt auch so schlecht über Jugendamt, der ist auf meiner Seite, gut, das ist der Track für Sparsten. Was ist das schon für euch? Kein Problem? Spießzucht, dies Alkoholiker, Kinderschänder, schaut ihr weg, kein Problem für euch, Basten. Aber Menschen, wo Hilfe brauchen wir hin? Was ist mit euch los da oben in der Platte? Karkark, scheiß drauf, denkt ihr euch, na klar, ich auch, auch, f***t euch, seid einfach nur noch ein Drecksverein für Scheiße, Drecksverein für Scheiße, Bitches. Ah, ah, ja, ja, klar, klar, scheißverein für Scheiße, Bitches, klar, 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 scheißverein für Scheiße, klar, 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 ihr könnt mal runtergespült ins Flo und da unten sind die Ratten, wo in euch wohnen. Bla 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 bla, Scheißeverein, Jugendamt, was ist denn für ein Scheiß, das für ein, ein. Leute, wo Hilfe brauchen, gleich mal weg, Hilfe, wo Probleme bringen, einfach hin, fünfmal wegschauen ist mir scheißegal, glaube ich weniger, aber euch schon, euch scheinbar. Ja, klar. Spasten, was geht mit euch los, Mann? Immer wieder das oder dies Gelaber. Ich sagte, ich mache Spast. Ja, klar. Fickt euch. Fickt euch. Wenn ihr euch mehr mal was antut, fickt euch. Fickt euch. Spasten. Meine Kinder sind so bei mir gut aufgehoben und die anderen Leute, die genauso sind, die haben nichts zu befürchten. Ihr bestimmt nicht, glaube ich schon. Aber ihr macht immer nur das Falsche. Leute, die ernsthaft Probleme machen, schaut ihr weg. Aber Leute, die bloß Hilfe brauchen, zeigt das Kind weg und am Ende ist es tot. Bei den Leuten, die Probleme machen, Spasten. Alles andere ist egal. Bei meinen Kindern tut ihr sowas nicht. Ich bin immer wieder ready für das Fight. Aber nur, dass ihr es wisst. Ich bin ready für die Fight. Scheiß Jugendamt. Jugendamt. Was ist mit euch los? Drecksverein. Was ist euer Leid? Was ist euer Leid? Mann, Mann, Mann. Was ist euer Leid? Scheiß Drecksverein. Ihr Kacke da oben drauf. Scheiß Drecksverein. Jugendamt. Fickt euch ins Knie. Ihr Spasten. Peace für alle.